Um alt zu werden, braucht man eine Welt. Und diese Welt gestalten selber die Seniorinnen. Deswegen haben wir diese Workshops, diese Treffen initiiert, um unsere Clubbesucherinnen und Clubbesucher die Möglichkeit zu geben, ihre Welten selber zu gestalten. Unsere Aktivitäten heute waren so ausgerichtet, dass wir Kommunikation im Vordergrund gestellt haben, dass wir uns austauschen, auch innerhalb der Clubräte, im Bezirk, mit Zusammenkünften, natürlich immer mit Absprache der Obrigkeit. Das war eigentlich unser Hauptthema heute. Ich bin immer dafür, dazuzulernen. Und es macht mich froh, in meinem Umfeld jetzt hier Leute gefunden zu haben, die so ähnlich denken wie ich. Es würde mich freuen, wenn solche Treffen öfter stattfinden könnten und wir noch ein bisschen mehr erfahren könnten, wie es besser zu machen wäre. Das, was wir heute gemacht haben, ist, wir haben engagierte Seniorinnen und Senioren, die in Wien leben, eingeladen, dass sie sich aktiv einbringen können, dass sie ihren Platz, den sie Montag bis Freitag besuchen, mitgestalten können. Und wir haben das gemacht, indem wir eine Leistungsschau veranstaltet haben, die ihresgleichen sucht, meine Einschätzung nach. Wir haben wunderbare Kulinarik gehabt, wir haben großartige Musik gehabt, wir haben Workshops gehabt, die zum Nachdenken und Mitarbeiten eingeladen haben. Aus meiner Sicht war das heute ein sensationeller Tag und ich hoffe, dass noch viele folgen werden. Vielen herzlichen Dank. Für mich ist es wichtig, dass wir erstens einmal mit den Clubbetreuerinnen zusammenarbeiten, unterstützen können, selbst auch Aktivitäten vorschlagen und auch ausführen. Das ist eigentlich mein Anliegen, warum ich das eigentlich mache. Ich bin erstaunt, wie viel Input heute zusammengekommen ist, wie viel Wissen und Erfahrung hineingeflossen ist. Sie sind auch alle selber eingeladen. Bringen Sie sich ein. Gestalten Sie Ihre Zukunft selber. Wir hoffen natürlich, dass wir aufgrund dessen die Aktivitäten in den Clubs erhöhen können, weil Interesse gezeigt wird, auch von anderen Clubs an Aktivitäten in den einzelnen Clubs. Aber es ist ganz sicher eine gute Sache, weil es kommen andere Clubs, da hört man vieles, da passt das nicht und da passt das nicht. Bei uns passt Gott sei Dank alles. Aber es ist schon besser, wenn ein Feedback da ist für alle Clubberäte. Die Vorschläge sind da. Unsere Aufgabe ist, meinem Team, alle KWP-Mitarbeiterinnen, Zeit, Raum und Möglichkeiten und Unterstützung zu geben, dass alles verwirklicht wird, was sich unsere Kunden wünschen. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020